Ja hallo, Christian mein Name und ich wollte euch heute mal eine Präsentation auf Deutsch vermitteln über Questra. Hier in meinem Backoffice habe ich mich schon eingeloggt. Man kann hier jetzt hervorragend sehen, abgehörigen Kontostand, hier die 28% beträgt und mein Investment von 11.900 Euro, 643 Euro. Ich bin jetzt in der Phase, wo ich die 45%-Regel anwende. Die lasse ich mir jede Woche auszahlen, den Rest realisieren. Aktuelles Investment beträgt hier praktisch 17.650 Euro. Sorry Leute. Und kommen wir mal zu den Koffern. Ich habe hier zwei 270er. Ich habe hier einen blauen von 2.430 Euro und 7.290 Euro Koffer. Und einen 90er Euro Koffer, der habe ich mich vertan. Hier sieht man, was dadurch nicht passieren. Also wenn ihr wollt, ist es so, diesen Standard Koffer. Da gibt es Unterschiede. Das ist heute einfach so. Wir haben hier einmal den Standard Koffer für 90 Euro. Oder den White Koffer. Das ist der Unterschied. Hier kann man Upgrades machen. Wenn wir hier drei 90er haben, können wir mal ein Upgrade machen. Dann haben wir drei 270er Koffer. Koffer können wir dort ebenfalls ein Upgrade machen zum 18er. Und drei 90er, 50er, 70er, drei 2430er blauen macht einen roten. Sowie drei rote, immer den schwarzen. Und da arbeite ich mich jetzt hin. Ich freue mich schon drauf. Das sollte auch in mindestens vier Wochen passieren. Gut, okay. Wie gesagt, wir finden Freitags immer unsere Ausschüttung. Also zwischen unsere Rendite gibt es geschrieben. Freitags ca. 20 Uhr. Meistens kurz nach 20 Uhr. Es verschiebt sich manchmal von Wort zu Woche. Es ist unterschiedlich. Ja, und dann kann man hier sehen. Die 270er Koffer. Die zwei haben noch keinen im besten Elfrand. Die habe ich wohl im Freitagino gekauft. Und der 2430er hat schon eine Rendite erzielt. Mit 5,23 Euro pro Woche. Das macht 96,63 Euro. Das können wir hier schon sehen. Und die 27290er Koffer haben wir hier einmal schon erwirtschaftet. 6,694 Euro die Woche. Hier 6,7 Euro. Und hier wieder die 5,23 Euro. Insgesamt hier erwirtschaftet 1.077 Euro. Sehr, sehr schönes Geld in der Woche. Und zwar die 301 Euro. Das ist wöchentlich für den Koffer zugeschrieben. Das sind jetzt in über drei Wochen. Ja, alles durch die Rendite, die schon erzählt sind. Die 301 Euro war vorige Woche. Die sehen wir hier am zweiten Koffer ebenfalls. Diesen Koffer habe ich schon länger. Kann man sehen an dem Wald. Ja, hier haben wir wieder. History. Und hier hat mir der rote Koffer schon 2758,59 Euro erbracht. Kommission hier 21%. Hier können wir mal hier hochspolen. Hier haben wir die Koffer von 34%. Hier haben wir die Koffer von 34%. Und hier haben wir die Koffer von 36%. Je höher der Koffer ist von mehr, je höher die Kondition. Das heißt, lebt zu, dass ihr schnellstmöglich hohe Koffer erzielt, dass ihr Abholz macht. Damit ihr mehr Rendite erzielt habt. Die Kommission kommt dann nicht mehr nach. Okay. Das war es auch zu diesem Video. Jetzt passt einmal das folgende Folge. Das habe ich mich in Richtung dem Koffer, den Spanzen, den ich hin gesehen werde. In etwa 4 Wochen. Das ist mein Ziel. Ich nehme nochmal ein Video-Folge auf, um dieses Ziel zu demonstrieren, ob es geklappt hat. Hier links ist das Dashboard. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Wie meldet man sich an. Wie zahlt man ein über ADV Cache. Wie zahlt man auch. Da wollen wir nochmal Folgen geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. So wie meldet euch an unter meinem Anmelde-Link. Kommt in mein Team. Und wenn Fragen sind, ich beantworte euch die Fragen des Medien. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon auf. Ciao.